Da läufst du nichts an, es hier durchs. Wie krass ist das denn? So Freunde, das war unser Hotel. So Freunde, wir sind angekommen. Kätzchen, könntest du mal meine Tasche auch noch nehmen? Das ist unmöglich. Guck mal hier Freunde, hier. Das muss ich tragen hier. Ehrlich, ehrlich. Nein, das ist toll. Ab und zu wird jemand gebraucht. Da steht ja immer in Französisch. Das ist auch Französisch. Ja, eigentlich kann es doch sehr gut. Echt? Ja. Da spiegelt doch nämlich die Qualität des Zimmers wieder. Das Holiday Inn Express. Und dann gibt es 23,53. So, wir zeigen sie jetzt einfach die im Dunkeln. Und dann reicht das. Guck mal, das sieht doch auch schön aus. Na gut, das ist im Bett, da schlafe ich normalerweise alleine drin. Na gut. Na gut. Da spiegeln TV. Kaffee. Und das ist nütch. Reicht doch. Vollkommen aus. Guck mal auf, diese Alarmanlage. Guck mal, das Walzimmer, richtig schön. Große Dusche. Einen Becken. Ja. Nur nicht an die Steine lecken. Ja, Freunde. Gefällt mir. Bis gut. Na ja. Wir sehen uns später wieder. Horedo. Jetzt von Eichen. Komm, guck mal Kaffee jetzt. Hier geht's. Mit Latte. Ja, jetzt Kaffee mit Latte. Freunde, wie schwer da. Jetzt schauen wir mal, wie das Frühstück ist. Und dann geht's weiter. In Spend. Ja. Eier machen. Nicht bloß der Aufzug. Nee, die hat sie da hingestellt jetzt hier. Die will halt sich jetzt hinsetzen. Na ja, Freunde. Eieiei. Wir sind hier in Lille. In Lille. Bei Lillebror. Das heißt in Lillifest. Ja. Wir sind jetzt beflüchtet aus dem Hotel. Wir müssen aus Lille verschwinden. Erstmal müssen wir, glaube ich, ein Navigationssystem einstellen. Sonst hat das keinen Sinn alles. So, Freunde. Das war unser Hotel. Da war unser Hotel. War schick, ne? Hier. Palast der Republik. Extra die Fähnchen da draußen gehangen. So, Freunde. Wir melden uns später nochmal wieder, ne? Mori, du. Wieder dich Nachbars Gärten hier, ey. Ey, ey, ey. Wie immer geil ist hier. Alter. Ich weiß gar nicht, ob man jetzt schon wieder mit diesem Scheiß-Ton auf den Sack schon wieder hier, ey. Hier sollte eigentlich schon der Eurostar hochgeschwindigkeit schnell zustehen. Aber irgendwie stehen ja nur so ein paar alte Güter-Vagons. Da hinten sind sie am rumräumen, am rumrappeln. Ich weiß nicht. So, ey. Wir gucken jetzt einfach mal hier weiter. Tja, da sind wohl die letzten Überreste von dem Zug oder warte. Ich weiß nicht, was der Vogel da hinten kaputt macht heute am Heiligen Feiertag. Echt? Macht die kaputt oder was? Der macht die kaputt? Ja, Freunde, was ihr da seht, das ist der Überrest oder das sind die Überreste von dem Eurostar. Freunde, das kann alles nicht wahr sein, ey. Alter, ey. Alter, ey. Nein, Freunde, guckt euch da lang. Das gibt's so gar nicht. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Ich werde irre. Ja. Ach, nee, ey. Pass auf. Ja, reiß da rum, du doofen Idiot. Du Dämlichen, ey. Herrlich, ey. Können wir mal seinen scheiß Bagger rausholen und auf der Maus schlagen. Pass auf, Gätzchen. Aber, lass uns mal eben kurz hier verpissen, sonst steht da unten. Da ist die Schnauze. Das heißt, da hinten steht noch ein Stück Zug. Ja, wir müssen jetzt irgendwie... Ah. Ja, wir müssen jetzt irgendwie... So, Freunde, das ist noch nicht ganz... Ja, ein kompletter. Ja, ein ganz großer und ein kleiner. Waren zwei Züge. Der 308 und der 307. 17. Oder 17. Gätzchen hat die Zahlen in meinem Kopf. Ich nicht. Oh, pass auf. Also. Kann sein, dass der jetzt erstmal den Großen... Genau, das war der Rest von dem Großen, oder was? Ich weiß. Weil die erstmal den Großen jetzt hier kaputt gemacht haben. Und der Kleine noch da steht. Wir gehen jetzt auf jeden Fall durch die Büsche. Hinten rum. Und gucken, ob wo andere Dinge da... An den anderen da dran kommen. Da. Schauen wir mal. Da hat... Krass, wo haben wir gestanden jetzt? Gerade, verstehst du? Wir fahren hier hin. Und zack. Komm, wir gehen da irgendwie da so durch die Büsche, Kätzchen. Das ist so krass hier. Die stellen hier in dem Wald Fallen auf. Ja, haben wir jetzt gerade nicht aufgenommen. Kätzchen ist gerade in so eine wildere Falle reingeraten mit dem Fuß, ey. Ist unglaublich. Für Kaninchen und sowas, denke ich mal. Eieieiei, was ist denn los hier nochmal? Richtig fachmännisch hier so eine Falle. Hier da zack, da unten verankert da drin. Halleluja, die lag hier. So, Kätzchen da rein und zack. Du bist da rein und dann zieht die sich zu. Dann kommt der Tier nicht mehr da raus. Die drei Typen, die uns da vorhin begegnet sind mit der komischen Kiste, wo die ganz schnell was drüber gelegt haben. Die hatten da Tiere. Hier, Kätzchen, hier ist besser. Hier. Die hatten mit Sicherheit da irgendwie was drin. Und dann kommen. Alter, wo sie auf Wege landen. Da ist schon wieder so eine fette Falle. Kätzchen, haben sie eine Brücke drüber gebaut? Wenn du in die Tümpel reinfällst, bist du tot. Du bist vergiftet. Da hinten ist sie am Baggern. Die kommt nicht an die Zucht an. Wenn du das Tränen finden, dann findest du hier nur Tierfallen. Riesenfallen oder so. Keine Ahnung. Komm schon hier hin zu mir Kätzchen. Und jetzt machen wir mal jedem steilen Strumpf, ey. Freunde, bis gleich. Ja Freunde, guck mich da an. Du machst dir nichts abends hier durch. Zeig dir, bist du da drin. Da haben wir noch irgendwelche Gruben hier gebaut oder so weiter. Oh, Entschuldigung. Ach Mann ey. Muss der Vogel heute an einem heiligen Feiertag arbeiten, sag mal. Dem haben sie aber auch ein bisschen mal den Kaffee getan, ey. Scheiße ey. Da ist der Bagger. Wir sind jetzt noch mal hinfallen. Jetzt geht's die nächste, ob ich keinen Weg. Hier ist kein Weg. Ich glaub, dann müssen wir den da außen rum nehmen. Ja Freunde. Hier. Ja. Allein richtig aufgepasst. Kätzchen, könntest du mich einmal kurz befreien? Nee. Ist doch gar nicht, ey. Aber wie schnell die scheiß Schlinge sich zuzieht, ey. Bis jetzt waren die Schlinge nur um die Füße und da ist unsere Schlinge hier um den Hals, ey. Ja. Ja. Ein bisschen Zauberwald hier. Hier sind riesen Käfige und lass mich vorgehen. Da ist auch nichts mehr vom Zug, ne? Doch, die Dinge da. Ja. Aber nur noch das Stückchen, nur noch der Arm da vorne. Ja. Da kann man weiter, ob man da hinten sehen kann. Das ist nur noch. Sonst ist alles weg. Ach, alter Verwalter. Was wollen die hier für Tiere fangen, ey? Wildschweine, dicke Silvers wollen die fangen hier. Nee. Draußen aus der Zauberwald geht's hier. Draußen. Alter, zwei riesengroße Züge. Verstehst du? Zwei Stück. Ich kann das immer noch nicht begreifen, ey. Ich muss mir das nochmal von der Zeit aus ansehen. Wir schleichen uns jetzt nochmal hier hinter die Züge her. Oh, komm doch mal ab, ey. Der ist fertig. Der hat alles. Der hat sich zerstört. Hallo, hallo. Too late. Arnata? Wir gucken auf der Train? Ja. Arnata. Er ist weg. Auf zwei Parkplätze, wie arrogant die parken, hier aus dem Ruhrgebiet. Parken! Auf zwei Parkplätze. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Der Wind, der Wind. Die Sonnenbrille abnehmen, dann kann man hier besser gucken. So, mit der Auslösung sind wir da besser, wenn wir da reinnehmen. Das ist mal so, würde ich sagen. So geht's hier nach, dann mal bitte fest. Das ist krass, das Ding im Jöwe. Das ist so durch. Warte mal, das ist nur ein Fier. Das ist nur ein Fier. Das ist nur ein Fier. Du definitiv war schon ein paar Tage hier. Ja, würde ich mal sagen, ne? Ich fühle mich immer alle hier oben und so, das ist echt, das ist echt, das ist echt schön, so viele Sachen, nichts kaputt geschlagen, aber coole Sache. Das ist nicht mehr viel. Und die Stühchen. Ich sage nur noch hier die peilen Stühchen. Das ist nicht mehr viel. Na ja, das ist nicht schlecht. Ja, seit 10 Jahren ist das Ding schon verlassen, oh, ich habe die Haare, schön. Ne, da oben hängt die dicke Glocke, kann man mal am Seil ziehen, ja, kann man mal drücken. Dann direkt die Wurden her. Nicht durchklingeln, ja, war nicht schlecht, ne? Ich meine, die Züge wären lieber gewesen, aber, naja, irgendwie ist das Wetter scheiße und ich habe Halsschmerzen, weißt du? Hey, der Rücken ist wieder gut, ich habe keine Viagra mehr genommen, da ist der Rücken wieder gut. Pff, wie der Hals ist. Ich kann mich nicht schmaltig bewegen. Hey, Jupp, tschu mir da, hey. Hey, Jupp, hey, Jupp, hey. So Freunde, jetzt fahren wir noch mal weiter. Ja, wir sind jetzt nicht mehr in Frankreich, wir sind jetzt in Belgien. Eigentlich müsste ich jetzt was essen. Jetzt gehen. Bonjour, ça va? Ich glaube, das ist jetzt hier raus, hier raus. Komm, schnell, 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 schnell. Schnell, schnell, schnell. Schnell, Freunde. Au revoir. Au revoir, au revoir. Bis zum nächsten Mal.